ich glaube dann muss man erst mal finden ja gut hier mit der non-season habe ich halt ich kann es rumliegen hätte wäre schon irgendwie komisch ich kann es rumliegen manchmal versteht ich weiß nicht warum ich da jetzt gerade eben plötzlich so oft festbekommen dass sie dann plötzlich instante davor alles okay ich habe einmal vor dasselbe dann zack das sieht mir wie öfter einen schlag und ich habe keine ahnung was mir hier so den schaden und macht plötzlich kein besonderer nicht auf diese feuerketten aber die rennen die ganze zeit durch mich es 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 ich will ja mal porten aber durch den pdr-delay schaffst du dann nicht mehr aus zu porten so wie in situation könnte man viel besser aufweichen wenn es der live server wäre ich habe hier 6,9 milliarden taffens kann nicht sein dass ich so viel auf die flasse kriegen im 147 lächerlich eigentlich unter trafen aber die bisschen media auf die fresse dafür so problem ist ich kann kein pack mein leben haben jetzt habt ihr das aus dem pilot ich habe da hinten das dann kann ich mich haben ja und das war klar dass ich hier wieder direkt an schilling weg rausholen so wie eben auch die ganze zeit aufhalten kommt immer ein schilling weg raus eine allerdings faser eine feuer war so ist bei ist da und das ist immer noch vor schießen es ist Untertitelung des ZDF, 2020 Ich weiß nicht, ob das Pack von Binance hierher schafft Es wird genau da hängen bleiben, wo es jetzt gerade hängt Untertitelung des ZDF, 2020 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 ist gut da wird er kommt immerhin das nix dann nehmen wir den auch so schnell möglich in einem eine minute konnte sie alles fallen war ich das zum spawnen ich glaube nicht aber wenn wir noch kondit haben und dann ist eben noch ein bisschen trash und dann ist man nicht noch einen powerpeiter bekommen den ich schon hatte wo das heißt wird zum spawnen glaube ich war ja auch noch ein bisschen trash weiß sogar wahrscheinlich nicht ganz sicher doch es reicht doch nicht mini trash muss ich noch töten ich weiß ja das borde boss ich weiß aber ich kann mich dagegen heilen im alltag ja ich bin kondit und kite ich den einfach so ein bisschen Ich würde jetzt schon gern Squirt halten. Ich habe noch mal was da anbekommen. Es ist halt schon ein bisschen anstrengender zu spielen, aber wenn man es so ein bisschen raus hat, dann gehts. Du darfst halt nicht schauen, dass du nicht Aquila die ganze Zeit füllst, weil du füllst immer Aquila, während du hier die Gegner zum Brennen bringst. Das musst du eben machen die ganze Zeit, damit du deine Combustion Stacks hältst, weil du ja über die Combustion Stacks, die sind ja ein Multiplayer vom Sixty Bonus, darüber machst du Schaden. Das heißt, ich schaue immer, dass ich das hochhalte, vor allem während der Fold hat für die Feuer dann. Dann permanent haue ich mit Outlet zu, weil der halt schnell den 6er-Set-Bonus prockt, diesen Ignite Damage mal Combustion Stacks. So, gleichzeitig immer noch Explosive Blast abhalten für die Damage Reduction über die Offend und das prockt ja auch den 6er-Set-Bonus, macht darüber Schaden. Magic Weapon aktivierst du ja alle paar Minuten, alle 10 Minuten, das ist ja okay. Teleporten normalerweise, um die Toughness vom Teleport zu halten währenddessen. 25% Damage Reduction. Und ich teleporte ja immer in die Okulisse rein. Und halt dann noch hier Black Hole zum Zusammenpullen, in die Nähe von den Okulissen am besten ziehen. Plus nochmal enemies hit by Black Hole, deal, 10% Reduced Damage. Und du machst 3% mehr Schaden für den getoffene Gegner. Jetzt haben wir ja diese Stacks, wodurch du auch nochmal mehr Schaden machst. Die müsstest du wahrscheinlich normalerweise auf Feuer timen dann noch. Das alles auf einmal. Wunderlich schauen, dass Fokus und Restraint nicht ausläuft. Aber du hältst das normal eher aufrecht, weil du hier mit dem Outret machst du deinen Main Damage. Und das musst du eh drücken für die Combustion Stacks. Aber es ist sehr viel schon, auf was man achten muss, finde ich. Ja, aber geht. Ich bin frei. Wir habenart musste, aber es hat mich zum Beispiel direkt. Ich bin frei, ich bin frei.